Applaus Meine lieben Damen und Herren, liebe Zuhörer, schön, dass Sie gekommen sind. Wir hätten uns gehofft, dass mehr Menschen kommen, aber dieses Publikum ist so herzlich, dass es dann für uns gleich oder noch besser ist. Ich wollte noch etwas über unsere Werkstatt sagen. Wir haben zehn Tage auf Gut Horneng in der Steiermark geprobt. Unter der Leitung meiner Kollegen und mir können Sie genau das im Programm entnehmen. Und ich möchte noch etwas zu diesen bemerkenswerten Episodi Perpeto, Canto Perpeto von Peter Liss Basques sagen. Ich hoffe, dass alle sich Z-Matur draußen mitgenommen haben, wo über sein Werk genaueres geschrieben steht. Das ist eigentlich Programmmusik. Also seine eigenen Worte zu diesem Werk sollte man kennen. Ich weiß nicht, ich kann Ihnen welche bringen von draußen. Es gibt ganz viele. Sehr groß gedruckt, sodass man es lesen kann. Eine interessante Sache möchte ich noch sagen zu diesem Werk. Es ist eine Nachricht eingetroffen. Ich sage sie leicht auf Englisch, damit die jungen Musiker sie auch hören können. Einer unserer Lehrer, Klaus Christen Schuster, wurde heute Peter Liss Basques, und ihm alles über unsere Werkstatt. Und er ist sehr glücklich, dass wir heute den Konzert und die Tour haben. und er wünscht euch alles den besten für heute Abend. Und er würde gerne hören, dass ihr die Rekordung, heute oder von der Zeit. Applaus Und ihm alles übermorgen uns erstellt nadaab find. Daniel Umflugang Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020